Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Captain Reliok. Nachdem wir letztes Mal hier ungefähr das Schiff St. Louis besiegt haben, Royal Louis oder so, weiß ich nicht mehr, sollten wir jetzt die Belohnung ja finden. Und ich habe mal geguckt auf die Karte, Schatzkarte, hier so, das ist die Schatzkarte. Eure Aufgabe ist einfach, tötet den Bastard und seine Mannschaft, das haben wir gemacht. Wenn ihr erfolgreich seid, werdet ihr reich belohnt. Reist nach Meer der Riffe, Rote Insel und holt euch eure Belohnung dann am Außenposten königliche Ruhestätte ab. Wir sind an der königlichen Ruhestätte. Ich habe mir die Karte angeguckt und das sah so aus. Hier, das, das, hier, königliche Ruhestätte. Guckt euch das an, wenn man so ein bisschen das untere weglässt, dann ist das hier genauso wie auf der Schatzkarte. Und hier ist die königliche Ruhestätte. Jetzt den Schatz finden ist natürlich eine andere Herausforderung. Wir können ja nochmal auf die Karte gemeinsam gucken, Schatzkarte lesen. Also da, wo der Schatz sein soll, das haben wir schon mal gefunden. Aber jetzt genau wo? Da seht ihr oben rechts, ja, so ein Dreieck und da ist das Kreuz. Was ist hier denn für ein Dreieck? Ich glaube, da hilft es einfach, hier die Map abzulaufen. Kokosnüsse. Ja, das ist immer so ein bisschen Piratenfeuer. Okay. Piratenfeuer. Pulver werfen. Das kenne ich auch noch nicht. Ausdauerstärkung. Cool. Also hier unter dem Zeichen sollte es sein. Kokosnuss? Ja, Kokosnuss. Da ist das Feuer. Gucken wir uns die Karte nochmal an. Da ist das Zeichen. Da ist das Kreuz. Dreieck. Was ist denn hier wie ein Dreieck? Kochstelle. Ja. 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 Ah, da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Schatztruhe ausgraben. Ähm. Zack. Ja, wunderbar. Ah, Kaperbrief, Kopfgeld, Seeräuber, ich bin schon fast aufgestiegen. 1300, oh, da haben wir schön, schön was bekommen. Fracht, zeigen wir uns das mal an. Brandy, ich glaube, das kann ich verkaufen. Gehandelt, immer wenn das steht gehandelt, dann kann man es glaube ich auch schon mal verkaufen. Es sei denn, man hat eine Quest, die genau das erfordert. Kaperbrief, dem ging ja eine Belohnung der Skörlog am Hinterhaltlok. Skörlog ist auf der Suche danach. Ah ja, das kann ich ihm abgeben. Eine von Kompagnien, versteckte Kiste, die ein bescheidendes Vermögen enthält. Ach, das muss ich abgeben, glaube ich, oder? Kann ich nicht öffnen. Kann ich nicht öffnen. So, ja, super, klasse. Ich glaube, wir können dann auch, ähm, ja, ihr habt alles gesehen. Also hier und dann links und dann da ist das gewesen. Abtrünniger Händler, was kann ich denn da kaufen? Sprechen, sprechen, reden wir über das Geschäft. Okay, leider keine, kein Bauplan für ein Schiff. Verkaufen, ich könnte jetzt ein bisschen was verkaufen, aber das brauche ich für die Quest. Das lasse ich mal, dieses verkaufe ich immer, Lamba Stoff. Ist auch nur einer. Feuerwaffen, das sind auch Waren. Weg damit. Schwarzpulver. Und in der Region gehandelt. Brandy, Waren. Kakao. Waren. Ich, ich sag das jetzt einfach mal so. Bombarde 1, die packe ich mir nachher ins Lager. Äh, Eisenholz. Tiek. Ja. So, gut. Gebt Acht auf dem Meer. Der Schatten der Beute. Erkunde das Gebiet westlich der Roten Insel. Das haben wir doch gemacht, oder? Gehre zu Skörlach zurück, wenn du bereit bist, weiterzumachen. Ich glaube, das, das war das jetzt. Ich glaube, das ist es. Und ich glaube, ich kann jetzt auch mit Schnellreise. Schnellreise. Wusch. Zack. Jetzt können wir Skörlach Berichte, äh, Berichte erstatten. Ja, da werde ich angefeuert. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Lagerhaus, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht rein. Jetzt wollen wir mal in der Story weitermachen. Was Skörlach uns jetzt, äh, aufträgt. Okay, betritt das Kontor. Dann mal los. Bereit für mehr? Ihr habt nichts gefunden außer Karadex' Befehlen? Er hat uns erwartet. Der Konvoi war eine Lüge. Ein süßer Honigtopf voll stinkender Pisse. Und meine Spitzel haben alles geschluckt. Das hat ihnen dieses Schoßhündchen der Kompanie eingeflößt, Karadex. Die, die er nicht kaufen konnte, sind tot. Ich habe alle Spitzel verloren. Und wir stehen mit runtergelassenen Hosen da. Jetzt wird Karadex Jagd auf uns beide machen. Genau. Kompanie? Kompanie, Ihr Bester. Und er würde sich eher die Hand abhacken, als sich bestechen zu lassen. Aber Karadex ist und bleibt ein Bluthund. Legt ihm eine Fährte und er kann nicht anders, als ihr zu folgen. Bewahrt Kühlenkopf. Okidoki. Machen wir mit Skirlock weiter, wenn du bereit bist. Annehmen können wir die Quest ja schon mal. Wir sind ja jetzt gerade hier. Wir haben den Schatz gefunden. So sehe ich jetzt aus. Ein bisschen Klamotten besorgt bei der Schneiderin. Dann machen wir jetzt die Quest weiter. Und schauen wir mal, was da kommt. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Die heikle Allianz. Die Partnerschaft zwischen den Fahrer und der Kompanie ist eine Gefahr für Skirlocks Handelsgeschäft auf der Roten Insel. Plündere eine Fahrersiedlung unter der Flagge der Kompanie, um ihre Beziehung zu verschlechtern. Die Kompanie macht sich was vor. Kompanie. Sie sich für Puppenspieler hält, die nur an Fäden ziehen müssen, um mich zu fangen. Soll sich die Kompanie in ihren eigenen Streppen verfangen. Wir hetzen die Fahrer gegen sie auf, bevor sie sich gegen uns wenden. Plündert die Fahrer, beschuldigt die Franzosen. Eure durchtriebene Art gefällt mir, aber ich bin euch wieder weit voraus. Ich lasse das Gerücht eines französischen Verrats verbreiten. Und ihr dürft in Schurken spielen. Überfallt die Fahrer und wir geben der Kompanie die Schuld. Zieht euch ruhig passend an. Karadek wird mit der Fahrerrebellion beschäftigt sein und hat keine Zeit für uns. Außerdem wollte ich schon immer den Handel mit den Fahrern an mich reißen. Ohne französische Waffen brauchen sie unsere. Oh, eine neue Farbe. Siehst du, die Flagge der Kompanie. Ja, machen wir noch ein Stück zusammen, wa? Ja, das läuft ja gerade so gut. Segel setzen. So, dann muss ich Schiff verwalten. Schiffsverschönerung. Ich glaube, das ist es hier. Ehre der Herolde. Zack. Okay. Ich glaube, das war es. Was blinkt da noch? Ach so, das sind so Sachen, die ich, äh, die ich noch nicht ausgerüstet habe. Nee, nee, ich habe das jetzt, äh, soweit, glaube ich, alles richtig gemacht. Zurück. Zurück. Siegel setzen. Hm? Dieser Karadek klingt nach Ärger. Wenn er auf Skirlocks Kopf aus ist, sollten wir ihm Bescheid sagen. Gefahrt! Volle Segeln! Ha, ha, ha! Wir sind reich! Segelszene, Weltkapitän! Jo. Am Horizont, Segel! Kapitän, Feuerbachseite! Jetzt könnt ihr das auch mal, äh, live sehen, wie das funktioniert hier mit dem Siedlungplündern. Das ist, ähm, oh je, ich, oh, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Ich muss zurück in den Hafen. Juroplanke, das ist sehr gut für Schiffe bauen. Das ist so ein bisschen tricky, man muss also zurück in den Hafen, ihr seht unten links an den Balken, wo dieser, dieser gelbe Balken mit der 3 und so, äh, unten links halt. Ähm, da seht ihr, das ist so ein kleines Stück rot. Gut, und das kann man nur im, im Hafen reparieren. Das ist so der Malus dafür, dass man sich auf hoher See, äh, respawn lässt. Ähm, ja. Vom Bord gehen. Zack. Dann, das ist so ein bisschen komisch, dann muss ich auf Segel setzen, an Bord gehen, aber bevor ich das mache, steht hier reparieren. Zack, und jetzt seht ihr, das ist, äh, wieder auf, aufgeladen. Ja. Weiter geht's, Segel setzen. Jetzt haben wir uns verkleidet als, ähm, weiß ich gar nicht, was sollten wir denn, äh, Plünder, eine Fahrersiedlung für Skrlok. Letzte Stufe. Letzte Stufe. Das habe ich. Tanjona, letzte Stufe. Oh je. Ich glaube, da muss ich noch besser werden, bevor das klappt. Ich glaube, da muss ich noch besser werden. Äh, ich will mal gucken. Tagebuch. Ist Stufe, äh, drei. Ach, das ist da ganz hinten wieder. Okay. Ja, ich glaube, das mache ich dann im nächsten Let's Play. Wir wollten ja immer nicht so, so die Let's Plays so lange machen. Bis ich da bin, ähm, sehen wir dann, äh, da weiter. Ähm, ich, ich, ich werde es mal, ich werde es mal solo ausprobieren oder mit euch zusammen. Wenn ich da bin, dann, äh, machen wir da mit dem Let's Play weiter. Ja, aber ich habe die Befürchtung, dass wir das, äh, nicht schaffen werden. Dass ich noch ein bisschen, äh, mein Schiff, äh, ein besseres Schiff bauen muss und ein bisschen Nebenquest machen muss. Äh, das werden wir sehen. Alles klar, in diesem Sinne, euer Käpt'n Riliok. In Namen euch sagt man Tschüss. Und dann, äh, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Tschüss. Tschüss.